So, jetzt wollen wir die Gefahrbremsung machen. Übernehmen Sie und lassen Sie die Fahrstellerin die Gefahrbremsung machen. Okay, fährst du die Geschwindigkeit für die Gefahrbremsung. Und, Brems! Vergessen die Kupplung zu drücken. So, wir machen die Gefahrprüfung, bla bla bla. So, okay, fährst du die Geschwindigkeit für die Gefahrbremsung. Brems! Wunderbar, wir fahren wieder los. Zweiter Gang! So, wir machen die Gefahrbremsung. Brems! So, hältst du kurz an. Das waren natürlich alles gestellte Szenen. Und was jetzt passiert war, oder was ich jetzt demonstrieren wollte, der Prüfer hat gesagt, mach die Gefahrbremsung. Wir haben die Gefahrbremsung gemacht. Und die Fahrschülerin hat einfach den Gang reingemacht und ist dann ohne Gucken und ohne Blinken und so einfach weitergefahren. Deswegen, mein Tipp an euch, wenn ihr die Gefahrbremsung macht, macht die Gefahrbremsung und dann bleibt kurz stehen. Dann gucken wir, ob der Prüfer und der Fahrlehrer das überlebt haben. Und erst dann, wenn der Prüfer sagt, okay, fahren wir weiter, dann denkt dran. Erster Gang rein, den Blinker setzen, in Spiegel schauen, Schulterblick und dann losfahren. Und dann kann nichts passieren. Also, viel Spaß bei der Gefahrbremsung. Also, viel Spaß bei der Gefahrbremsung.